Sie haben unseren Fernseher, zwei Laptops, vier externe Festplatten, unsere PS2, unsere PS3, unsere Xbox, unsere Xbox 360, unseren Klassik-Nintendo, unseren Super-Nintendo, unseren Nintendo 64 und unsere Wii. Wir stehen auf Spiele. Diverse Videospiele. Wann wird das CSI-Team hier sein? Was? Mit diesen Fingerabdrücken sollten Sie was anfangen können. Zum Vergleich, hier sind meine Fingerabdrücke, da ich als Verdächtiger ausscheide. Was ist mit mir? Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen ist die Beteiligung eines Insiders im Rahmen des Möglichen. Wäre es unpassend, wenn ich Sie darum bitte, ihn abzuknallen? Angemessener wäre eine 72-stündige psychiatrische Beobachtung. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen.